Kann ich auch nicht viel reden. Dann red über deinen Tag oder frag wie es ihr Tag war oder I don't know. Ja, vielleicht verbessert sie ja. Letzt du das eigentlich runter deinen Stream? So letzt du dir auf Dings hoch? YouTube? Nein, also wenn ich übertrage entweder direkt auf Twitch oder sonst direkt die Übertragung auf YouTube. Dann wird sie ja automatisch gespeichert. Ja, oder so. Ja, ich meine, wenn du auf Twitch streamst, dann würde ich dir empfehlen, dass du das vielleicht auf YouTube hochlädst. Ja, morgen tue es dann sowieso auf YouTube. Ja, morgen streame ich auch auf YouTube. Ah, nee. Ich mache auf YouTube, ich auf Twitch. Das wird witzig. Ja, dann kaufen wir sie alle einen Fliegerbomber oder so. Ja, je nachdem wie viel der kostet. Du weißt schon von meinem Gewinnspiel, dass du da auch mitmachen kannst. Secure Surf, VIP-Aufträge. Jäger und Sammler, nee, Headhunter. Ja, du hast ja nicht den gleichen Lockieren, muss ich haben. Oben schwarz, unten chrom, ja. So, ich mache den rot aus. Na gut, dann hole ich mir den, der ganz weit hinten ist. Ja, rot aus ist ganz sinnvoll. Ja, dann nimm mir den Link. Nee, das passt schon, nee, aber egal. Ja, ist dann jetzt von 2340 oder so. Ich kriege auch keine Werbung komischerweise, obwohl ich auch kein Abonnent bin. Ich kriege bloß zwei, drei Sekunden Werbung und das war's. Aber das stört mich nicht. Wenn ich nämlich den Affiliate-Status auf Twitch habe, dann könnt ihr mir Bits scheren und Geld spenden und bla bla bla. Und ich werde ein bisschen höher angezeigt mit den, ähm... Jesus! Alter! Alter, das muss ich klippen. Alter! 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 Untertitelung des ZDF, 2020